hallo aus bulgarien knuddel ist da ihr erinnert euch an das letzte video für salis nicht so lecker ich bin so froh dass knuddel da ist denn jetzt habe ihr opfer wir haben jetzt ein paar wochen gewartet und ich habe geerntet so ich mach die mal auf geil die hat jetzt schon ganz andere fahrt das letzte mal ich probiere sie trotzdem mit cyber let's do it das ist ein bisschen abputzen weil die die haben es heißt immer so ein bisschen wachsschicht außer das stimmt ja gar jetzt nein das war ein scherz ha 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 fruchtig süß überhaupt nicht säuerlich lecker darf ich noch eine ja ich mach nochmal eine aufguck ich wegreißen dann zermatschet ihr die so ein bisschen drehen einfach so ein bisschen drehen dann geht die weg knuddel beißt mal ab zeig mal ich weiß mal ein genau zeig mal wie sie in der aussieht man hat sehen kann weil sie nicht aber fleischig ich wollte es zu spät war es noch eine also es kannst du essen die hat jetzt da so weiße punkte schmeckt genauso gut und die soll jetzt essen neu die hat auch ein schwarzer punkt das fällt von selbst ab ja immer im mund oder dann nimmt noch eine andere die kriegen die schweine aber die ist so bis lebt nur so bis legrün die sicher sehr sehr fruchtig was ich hab ich dann wie der arsch gerade gezogen oder jetzt kommt ein siehste lecker nicht so lecker ne die müssen wirklich gar neu jawohl lecker ein scheiß nicht so lecker also entweder nicht so lecker so entweder bin ich nicht der physales mensch oder naja besser also auf jeden fall warte bis das so richtig papier ist und dann sind sie gut und dann kann man sie sich reinschieben ja gut was sagen wir alle zusammen tschüss 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 tsch well